Na! Anstatt, dass ich einfach weiterlaufe nach links, ne? Das war gerade wieder sehr knapp. Das war gerade sehr knapp. Ich bin so froh, wenn das Scheißlevel hier rum ist, ne? So, das war jetzt auf jeden Fall besser abgepasst als eben. So, hier, darauf achten, langsam. So, mach du das mal auf. Ich hol das mal trotzdem hier drüben. So. Okay. Wow! Was war das denn? Das hat mal ein bisschen überreagiert, würde ich sagen, oder? Ich hab mir das gerade nochmal angeguckt, also das war nicht gerechtfertigt, wie das Ding reagiert hat. Physik und so, ne? Boah, ich bin ja, glaub ich, noch nicht mal ganz außen drauf gesprungen. Ich glaub, das war schon der zweite oder so. Also der mittlere quasi. So. 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 Jetzt sind wir wieder an der Wand. Egal, 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 ich mach's einfach nochmal. Ich hab ja Zeit. Mit 100 pro kein Gold mehr. Aber ich werd auch 100 pro nicht ans Ende kommen. So, wie ich mich kenne. Deswegen ist das schon mal ganz gut, dass ich dann wenigstens ein bisschen üben kann, was noch weiter kommt, wenn ich überhaupt so weit komme. So. So. Du gefällst mir nicht. So, jetzt sind wir hier. Mit zwei Masken. Dieses bescheuerte Hüpfen immer, ne? Das hat er im ersten Teil auch nicht gemacht. Also im Original. Mann. Und dieses Wegspringen ist auch nicht toll. Dann mach ich das hier lieber, wenn die auf einen zukommen. So. Das müsste jetzt die letzte Plattform hier oben sein. Warum ist Crash grad nach hinten gelaufen? Oder bin ich wieder abgeprallt? Das kann natürlich sein. Ja. Feuer mach du mal. Ja. Feuer mach du mal. Ich glaub jetzt kommt nicht mehr viel. Aber ich werd kein Gold kriegen. noch mal nach oben. Nee, ne? Nochmal nach oben. Nee, ne? Das ist der Wahnsinn. Julia. Du bist die Königin. Das wird doch nicht mal, das wird nicht mal Saphir wittert. Das ist nur noch zum Lachen, ey. Und nochmal. Das passt jetzt hier besser. So, was kommt jetzt noch hier? Nur noch hier ein paar mal rüber oder was? Tatsächlich. Na gut, das geht ja dann klar. Aber die letzte Wand ist scheiße. Wow, Saphir. Ähm, jetzt muss ich hier grad mal gucken, was ihr hier geschrieben habt. Ähm, diese Dinger nun so. Hello, Motherfucker. Ich hab spontan 20 Kilo zugenommen. Äh, Oxidgeister sind geil, weil CDR dafür gemacht ist schnell zu sein. Oxidgeister hab ich glaub ich auch noch nie gepackt. Ähm, Level bei Crash sind so designt, dass man geduldig sein muss. Da sich optionale Zeitsachen hinzukloppen, ist höchstens benutzerunfreundlich. Ähm. Okay. Deswegen gefällt mir, dass bei Reignited so viele Minispiele vereinfacht wurden. und sie sind nicht so nervig, wenn man's schnell hinter sich hat. Ja, aber ich find trotzdem irgendwie... Vor allem halt, muss ich jedes Mal sagen, ähm... Bei... Ach Gott, wie hieß denn das Level? Horikos. Ähm... Da halt dieses Minispiel mit den... ...komischen Fuzzis, die die Kugeln klauen. Das ist einfach komplett anders. Leider. Und dadurch, dass es so anders ist, ist es halt total einfach. Ich fand das mit dieser Tröte, fand ich das viel besser. Also dieser... Da kommt ein Alarmsignal, dass die Viecher kommen. Naja, jedenfalls haben wir hier schon mal... Ähm... ...Saphir. Immer besser als gar nix, aber es ist trotzdem scheiße. Der Kastrofieber ist da, hallo! An sich könnte ich jetzt halt gut machen. Ich müsste nicht so lange warten, aber... Oh, Crash! Ficker, ey. Oh! Hach! Was ist jetzt Zeit? Hast du jetzt Zeit? Oh, was ist jetzt? Oh. 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 Und jetzt hat das wieder was ge- Ja gut, es nimmt mehr Zeit in Anspruch, aber Du musstest die halt erstmal suchen, wo die dir die Kugeln weggeklaut haben und so Also ich fand das an sich von der Aufgabe viel schöner Weil halt in der Reignited Trilogy musstest du dann nur eine Kugel einsetzen Und dann hast du schon gesehen, wie der Typ wieder unten rumgelaufen ist Weiß ich nicht 14, danke schön Dann habe ich schon mal irgendwas, an was ich mich schon mal ein bisschen orientieren kann Ich weiß gar nicht, wie viel ich eben hatte Es war auf jeden Fall auch sehr lang Ich dachte schon, als es über die drei Minuten ging, dass ich schon Dass ich schon im Welten drüber war Wenn man jetzt noch die Zeit sehen könnte Ja, ich weiß Ich werde das gleich Ich werde mein Bild gleich auf die andere Seite rücken Wir haben halt keinen Akku, ist auch okay Sobald ich hier den Versuch versaue, werde ich das ändern Dann mache ich den Chat über die Zeit drüber Und mein Bild auf die linke Seite 4 Minuten 10 Hm, ich weiß nicht, wie viel ich eben hatte Ich habe nicht darauf geachtet Oh, das wäre gut gewesen Gut 3,41 5,30 habe ich Ah ne, 5,30 ist da 4 Von 먹어� Tnh �니다 Und nde Die Und D Und Und Vielen Dank.